Hallo, willkommen zu einem neuen Video in unserem Kanal und endlich sind sie da, die Hanuta-Riegel ab sofort in unserem Atundo-Shop zu bekommen. Und wir testen sie heute mit euch und zeigen euch, wie das Produkt dann wirklich aussieht. Also erstmal, das ist die Verpackung und das sind die Zutaten und Nährwerte. So soll er aussehen und er ist verpackt in einer schönen Box, in einer schönen Klappbox zum Hinausnitten. Auf dem ersten Bild hätten wir ihn wahrscheinlich wieder größer erwartet. Die Box hat einen Verschließmechanismus, dass man sie auch wieder schön zumachen kann, ein bisschen. Er hat ein sehr schönes Papier, eine schöne Folie. Sind jetzt ganz frisch, also gut fünf Monate haltbar. Und 34,5 Gramm pro Riegel. Dann öffnen wir ihn mal. Und so ist er schokoladig. Man sieht hier oben die Nüsse drauf. Oder die Splitter von Nüssen. Und wir werden den ersten Biss nun hinein machen. Wow. Eine wirklich hervorragende Mischung zwischen Milchcreme, Waffel, Schokolade, Nüsse. Hammer. Also ich glaube, das ist jetzt ein Produkt, wo Ferrero... Also man sieht hier auch die Schichten. Hiermit hat sich Ferrero wirklich selbst übertroffen. Ich glaube, der Hannuta-Riegel wird schon im Markt einschlagen. Heftig. Also ein top neues Ferrero-Produkt, was echtes Potenzial hat. Zum Klassiker neben Hannuta, Duplo, Rocher. Also ich glaube, es kommt schon ganz... Also ich glaube, es wird das Duplo sogar noch wegtoppen. Oder zumindest das Hannuta auch. Das klassische Hannuta noch wegtoppen, vom Geschmack her. Also ab sofort im Atundo-Shop und in Kürze überall im Handel. Vielleicht ein bisschen limitiert. Aber im Laufe des nächsten Jahres soll noch ein weiterer Rohlaut kommen. Das wär's zum Ersten dafür. Verpasst nicht das nächste Video, was noch kommt. Das sind die Montcherie-Vodka. Vielen Dank. Vielen Dank.